Der Meistercoach Uli Wesner vorgebracht hat nach Sven Olke, Markus Bayer, Arthur Abraham, Marco Hooks, Cecilia Breckhus, aber jetzt wackelt der Champ. Zwei Runden bei Hernandez, die letzte natürlich, ganz klar bei Ross. 2-1, das ist eng. Und Ross startet wieder gut, trotz 11 Zentimetern Größen-Nachteil. Und der Boxer, der einst bei den Junioren schon Weltmeister werden konnte, hat Respekt. Sie sehen, dass er bereitet gar nichts mit der Führung mit dem Jab vor, mit seiner Rechten, die liegt jetzt drin. Toros hat Hernandez erschüttert, der sucht seine Einstiegsmöglichkeiten. Es kommt Hernandez natürlich jetzt entgegen, dass der Boxer aus der Nähe von Toronto eine halbe Stunde westlich von der Metropole entfernt lebt. Und der nicht bedingungslos einsteigt. Chance für Andernes, sich wieder in den Kampf hineinzufinden. Starke Antwort. Aber wenn Ross eines hat, dann ist es dieses unerschütterliche Selbstvertrauen. Er hat ja in einem halben Dutzend Länder geboxt, hat eine lange Karriere, elf Jahre als Profi. Er hat auch eine gute Amateurzeit, er hat zwei olympische Turniere geboxt. 96 und 2000. Und die Leichtigkeit, die wir in der ersten und zweiten Runde gesehen haben, die ist dahin. Aber es ist auch erst mal wichtig, über diese Runde rüberzukommen. Diese vierte ruhig noch zu nutzen, um wieder in den Kampf hineinzufinden. Und dann vielleicht mit seiner besten Waffe, mit diesen langgezogenen Aufwärtshaken zum Ziel zu bringen. Ein kleines, leichtes Lächeln ist bei Andernes zu erkennen. Er hat sich offenbar aus diesem tiefen, tiefen Hänger, da war er viel zu offen. Ein wenig gefangen. Die Problematik begann in den ersten beiden Runden. Ross ist der kleinere Mann, da erwartet man normalerweise, dass der einen Angriff macht. Der zieht sich zurück. Pablo beginnt und ist verunsichert, weil angreifend ist er auch nicht seine Stärke nach vorne gehen. Dann gibt es in der dritten Runde schon die Aktionen, wo der kleine Ross in Halbdistanz seine schweren linken und rechten Haken bringt. Die langen Cross, die auch dann treffen. Die Aktionen hier, hier sieht Pablo gut aus, aber es kostet enorme Kraft. Das ist hier das typische kubanische Durchbrennen, kostet was ich wolle, aber danach die Antwort nicht vertragen können. Hier fehlen ihm einfach die Körner und das kann ihm wirklich viel kosten und da muss er achten. In der vierte Runde scheint er sich ein bisschen erholt zu haben und wieder langsam eine klare Linie zu finden. Er hat, wir haben das im Vorfeld gesehen, zusammen mit Ihnen ja auch in diesem Max Schmelig-Film gespielt, hat gesagt, das war für mich auch so ein Knackpunkt. Er hat Joey Lewis verkörpert, der allerdings nicht, wie er hier in Rechtsausleger geboxt hat damals. Da musste er sich umstellen. Jetzt als Rechtsausleger gegen den Rechtsausleger. Das war für mich der Knackpunkt zu sagen, ich will unbedingt Weltmeister werden. Ich will diesen Titel gleich nach dieser sehr erfolgreichen Vorstellung. Sein besten Kampf gegen den schwersten Gegner. Wieder so ein Prüfstand. Ich habe das gleich in der ersten Runde gesagt. Hier diese Pflichtverteidigung ist ein harter Brocken nach dieser langen Verletzungspause von über einem halben Jahr. Anandes steigt gut ein, aber Ross hat immer eine Hand mit drin. eine Hand mit drin. Ich gehe raus, ich gehe raus. Oh, wieder eine linke Hand, eine schwere linke Hand bei Hernandez im Ziel. Achtung, Hernandez ist auf dem Wege, seinen Titel zu verlieren. Wieder nicht aufgepasst. Da war die vierte Runde bei ihm gewesen. Da hat er sich am Anfang dieser fünften Runde ein bisschen gefangen und lässt die Deckung wieder unten, verdammt. Teuros wissert seine Chance und Herr Landis ist auf dem Wege, den Titel abzugeben. Er dreht ab. Das darf eigentlich nicht. Fields schenkt ihm eine neue Gelegenheit. Das Wegdrehen ist eigentlich nicht regulär. Und das ist eine kleine extra Pause, die er sich da gerade holt mit diesem kleinen Stolper. Wieder ein linker Konfake im Ziel. Hernandez vor der zweiten Niederlage seiner Karriere. Es ist noch eine knappe Minute, über die er sich rüber retten müsste. Und er muss genau das machen, was er jetzt macht. Oh, ist das bitter. Da liefert er so eine Weltklasse-Vorstellung im Februar. Und jetzt wurde er getroffen. Wieder die rechte Hand von Teuros. Der diese fünfte Runde eindeutig dominiert. Das darf, kann Hernandez nicht machen. Viel zu heißt ihn aufhinterfahrende Mann. Lange Jahre Sparringspartner von Marvin Heckler. Der ganz auch ordentlich auf die Mütze. Mann, oh Mann, ist das hier eine Achterbahnfahrt mit dem Champion Hernandez, der kurz vor seiner zweiten Niederlage steht. Da dachte man, er hat sich wieder gefangen. Und da kommt Treuros, der Boss, wie er nicht zu Unrecht heißt in dieser fünften Runde. Und er gewinnt seine zweite Runde hier mit diesem linken Kopfhaken beispielsweise so stark zurück. Es ist eng. Es ist verdammt eng. Und es kann natürlich hier auch ganz schnell vorüber sein. Das wissen beide Seiten. Die Nummer drei des Weltverbandes IBF gegen den Weltmeister. Und er sieht im Moment eher in einigen Phasen aus, wirklich wie der Lehrling, der hier vom Boss ein paar hinter die Ohren bekommt. Wieder starke Auswärtshaken, den ganzen Körper mit reingenommen von Treuros. Einfach mit der Führungshand jetzt klassisches 1-2-Boxen, um erst mal die Distanz wieder lang zu halten. Schön gestossen bleiben. Jawohl. Schön gestossen bleiben. Der Fehler ist an einigen, an der Präzision und an der Schnelligkeit bei Hernández. Das haben Sie gerade gesehen. Er ist natürlich zweimal richtig durchgerüttelt und geschüttelt worden in der dritten und fünften Runde, die natürlich klar und deutlich weg waren. Und wir sind gerade erst in der sechsten. Wenn wir im Kampf gegen Cunningham dieses wissende, dieses überlegende Lächeln von Hernández gesehen haben, dann haben wir jetzt eher einen suchenden Blick erlebt. Rüber, auch in die Ecke zu Oli Wegner. Was soll ich machen? Was ist der Plan jetzt? Wenig Kombinationen, viele Einzelhände jetzt. Das Ganze natürlich auch dem hohen Anfangstempo und den vielen Treffern geschuldet. Und wieder so eine krachende rechte Hinnensicht gelandet von Hernández. Aber der steckt was weg. Und links hinterher. Auch in dieser sechsten Runde, der Boxster, der in Georgetown geboren wurde, in Burjana mit den besseren Hinn. Nochmal die einzige Niederlage, die er bezogen hat. Hernández auch gegen einen Rechtsausleger, auch aus Georgetown. Und er sah in dieser sechsten Runde wieder nicht gut aus. Dritte Runde weg von insgesamt sechs. Geht's sehr gut. Also, du führst. Das schaffst du. Du musst mal machen, was ich dir sage. Man schüttelt die doppelte Führhand. Immer zwei Geraden gleich. Und nicht stehen bleiben. Eben mal in Bewegung bleiben. Hörst du mich? Du kannst ihn ausmachen. Du kannst es schaffen. Aber bleib bei deiner Liene. Immer doppelte Führhand. Schön die rechte. Wenn du das machst, schaffst du das. Wie geht's dir? Und wie gesagt, bleib nicht stehen. Immer schön in Bewegung bleiben. Okay? Das ist die Ehefrau, Alison Amos. Ganz entspannt mit den zwei Töchtern hier am Ring. Und die Hinweise, die kamen, dass es hier ein Familienunternehmen von Christopher Amos, dem Cousin von Troy, dem Halbruder von Marcus Eggerton. Und an den wird sich vor allen Dingen Henry Maske noch erinnern. Auch ein Mann aus Georgetown. Guyana stand 88 im Olympia-Finale. Also da ist ein richtiges Nest. Ein gefährliches Nest an guten Boxern. Und eindrucksvoll fand ich eben. Wir sind ja bei der Hälfte des auf zwölf Runden. Wir sind bei einer Weltmeisterschaft natürlich auf zwölf Runden angesetzten Kampfes. Wie ruhig dieser Roster in der Ecke saß. Hat er dir noch eine Lunge hinten in der roten Ecke platziert, die für ihn atmete. Gar nichts, als ob gar nichts gewesen wäre. Nach sechsmal drei Minuten und auch einigen schweren Treffern, die er kassieren musste, wird der noch sehr, sehr entspannt. Wenig Präzision in den Schlägen des Champions. Und wieder Eis-Zublette mit der rechten geschlagen. Die erste auf die Deckung, die zweite geht dann rüber und ist im Ziel. Ich habe die große Erfahrung von Trollrosse angesprochen, aber so richtige Riesennamen bis auf diesen Cunningham. Und die Niederlage damals in Neubrandenburg hatte eigentlich auch nicht in seinem Rekord. Das ist sein bester Kampf heute, hier an diesem 15. September 2012 und das mit immerhin 37 Jahren. Es ist nie zu spät. Anandes hat Respekt, macht aber das Falsche und nimmt die Deckung trotzdem immer wieder runter. Also durch diesen Respekt können Sie sehen, beim Versuch wieder in die nächste Kampfaktion einzusteigen. Aber er lässt die Hände immer wieder fallen und bietet dem sehr schnellen, gerade mit der Führungshand sehr schnellen Ross, dann immer wieder ein Ziel. Und das kostet leider richtig viel Kraft, diese Dinger, die mit ordentlich Schmackes geschlagen werden und nirgendwo landen. Treibt jetzt Ross ein bisschen aus der Ringmitte vor sich her, aber es fehlt die Präzision. Hernan, es ist noch lange nicht am Ziel. Ist das ein spannender Kampf hier zur Verteidigung seines WM-Titels? Es ist der Vierte Weltmeisterschaftskampf und es ist ein ähnlich schwerer wie gegen Kanningen.